Oh, ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommen müsste. Und das wird witzig. Das wird witzig, wem es das ist. Schauen wir mal. Los, so cool, cross. Es ist doch noch nicht das, was ich dachte, aber es wird wieder feuergewaltig. Bring diese Gangmitglieder dazu, sich dir anzuschließen. Sie haben genug Respekt vor dir, um dir zu helfen. Okay. Halte Maustaste R gedrückt, um ein Gangmitglied anzuvisieren und drücke G oder H, um ihn für dein Team zu rekrutieren. Und du so? Steig mit deiner Gang in den Wagen und bringe sie zur, ich habe nicht weitergelesen, wahrscheinlich zur Beerdigung, wo wir dann ein bisschen rüten werden. Weil wir genauso geschmacklos wie die Bärlis sind. Cain, ist das Kind der Frontjahr-Royalty? Ja, also wenn es eine Hände zu Problemen gibt, ist er kein Problem. Es sind alle an Bord, fahr zum rückwärtigen Teil des Friedhofs, bevor Cain eintrifft. Kommt Abel auch vorbei, oder ist Abel der, der gestorben ist? Je mehr Respekt du bei einer Gang genießt, desto mehr Mitglieder kannst du für dein Team rekrutieren. Also das können wir dann auch im freien Spiel jederzeit machen, wenn wir wollen. Nehme ich allerdings nicht so auf den Anspruch, manchmal allerdings ist es doch ganz praktisch, wenn man mal irgendeinen Bandenkrieg machen will. Und zufälligerweise gerade ein paar Jungs um die Ecke hat. Nicht so sehr, weil sie viel abräumt, sondern eher, weil sie, so leid mir das tut, gutes Kanonenfutter sind. Und dann fängt man halt nicht alle Schüsse selbst ein. Ach ja. Auf zur geschmacklosesten Mission des Spiels vielleicht? Ich weiß es nicht. Man denkt sich ja eigentlich, hey, sie sollten solche Maßnahmen verachten, nachdem sie selbst angegriffen wurden bei der Beerdigung. Aber Gangbanger-Logik ist halt, wenn die das machen, machen wir das auch, einfach um es ihnen zu zeigen. Naja. Sollte man sich mal fragen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Da sind wir auch schon. Klettert er über die Mauer und geht zu Sweet und seinen Männern. Das sind meine Männer, ja? Bin da. Was geht? Leute? Ah. Ein Schritt hat gefehlt. Drücke H, um deine Gänge anzuweisen, in Position zu bleiben, oder G, um sie anzuweisen, dir zu folgen. Folgt mir, jederzeit. Wenn du G oder H für einige Sekunden gedrückt hast, oder wenn du dich zu weit entfernt, dann zerstreut sich dein Team. Immer schön bei mir bleiben, Leute. Es sieht aus, wie der Bus ist mit Armut. Ich könnte eine Runde oder zwei nehmen, um seinen Arten zu fallen. CJ, du schau dir Cain. Du schau dir diese anderen Marken. Auf geht's. Wieso haben wir wieder so eine Kasper-Waffe? Ach nein, das ist die von vorn. Ja, die ist einfach auch eine Kasper-Waffe. Die ist auch nicht besser als die andere. So, räumen wir erst mal die weg. Äh, wo ist denn Cain? Ich hab da ne Idee. Etwas ganz ausgefallenes, was ich noch nie gemacht habe. Ach, da ist er ja. Schaut mal, was ich probiere. Schießt auf mich, los. Ah. So, dann machen wir das halt anders. Kommt mal rüber. Und, äh, ja, vielleicht nicht direkt dort daneben stellen. Kommt mal her. Äh, stirbst du auch mal? Äh, Sweet, Sweet, komm da weg von der Karre. Sweet, komm von der Karre weg. Sweet. Sweet, komm hier. Oh, jetzt springt er neben dem Auto rum. Nein, 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 nein. Alter, 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 alter. Mach keinen Scheiß. Oh, dieser Typ. Die KI. So, dann machen wir es eben so. Keine schusssichere Weste hilft dir dagegen, überfahren zu werden. Ich wollte ja eigentlich die Karre kaputt schießen, aber was soll's, dann eben so. Bitte einsteigen. Cain ist tot. Bring Sweet, Wohlbehalten nach Hause. Wollen wir noch mal kurz ein bisschen sprayen gehen? Könnte nicht schaden, ne? Äh, wo ist denn... Hätte ich da unten reinfahren müssen, um zu sprayen? Wir schauen noch mal kurz. Ist das hier? Nee, ne? Wo ist denn das? Ach, hier. Ah, ich bin dran vorbeigefahren. Komm, Mann, try it! Das da, glaube ich, ne? Ja. Wunderbar. Neuer Motor und neue Lackierung für 100 Dollar. Wunderschön. Äh. Nicht rammen. Nicht rammen. Gut. Alles in Ordnung, wir fahren nach Hause. Haben zwar schon wieder eine Delle hinten drin, aber hey, was soll's. Interessiert doch keinen Schwanz. So. Damit sollte jetzt... Also, ich hab bloß noch so eine Mission im Sinn, die dann noch übrig bleiben sollte. Das war die, die ich dachte, die jetzt schon kommt, aber... Äh, das müsste dann auch so ziemlich die letzte Gangbanger-Mission sein, bevor dann andere Dinge auf dem Plan stehen. Aber wir schauen mal. Weg da. Was denn, Sweet? Regt dich nicht auf. Ist doch alles gut. Ich hab nur jemanden von seinem Motorrad geholt. Das ist alles. Oh, hier ist ein Klamottenladen. Da sollte ich die Tage auch mal vorbeischauen. Auf wen schießt der denn jetzt schon wieder? Wüsst ihr selbst nicht so richtig, oder? So, nehmen wir doch einfach mal die Gleise. Die sind immer eine ganz gute Methode, um ohne großartig jetzt hin und her fahren zu müssen, in den Straßen an sein Ziel zu kommen. Wenn man weiß, dass das Ziel in der Nähe von Gleisen ist, einfach drauf fahren. So, und da sind wir schon an der Grove. Sweet hat's überlebt. Diesmal sind wir nicht in den Weg gesprungen. Auch wenn er schon wieder nah dran war, meinen Plan zu vereiteln. Wunderbar. New Respekt for us. Geh mal zur Seite, Bitch. So. Schnell hier rein. Ein bisschen gespeichert. Und dann auf zur nächsten Runde. So, nachts um zwei. Ich hoffe mal, jetzt haben wir keine Zeitvorgabe. Wir werden's sehen. Was steht denn diesmal an? Reuniting the families. Oh ja, das ist das, was ich dachte. Oh ja, das ist das, was ich dachte. Dang, das ist bad. Oh ja. Was ist, y'all? Was ist, was ist CJ? Turn that TV off right quick. Listen up, fellas. Like we were saying, no more Bates in the streets. Finally. Peek this. We're gonna unite the families once more, because the ball's been pumping our guys full of Bates for too long, while we argue amongst ourselves. So all the family sets gonna meet down at Jefferson Motel. I'll say it's time we went down there and made it official. Keep that shit off our streets. I vote I'm our representative on this one. That's right. Hey, it's all good. It's sweet, think you can handle it. I'm down with it, man. Alright, let's roll, homies. Let's do this. Yeah, let's go, man. Das wird lustig. Steigen den Wagen und die Crew zum Treffpunkt im Hotel. Die wird gut, die Mission. Say, CJ, you gonna crash the car again? Fuck you, Ryder. Ryder, give CJ a break, man. He's practically turned the Grove around by himself. And I was just telling a joke on the little nigga. Everything you do is a joke, Ryder. That ain't true. Ryder, just chill the fuck out, man. Remember, we're reuniting the family, so no bullshit. Stay cool. Yeah, so ähnlich hat er's gemeint. Okay, da sind wir auch schon. Okay, it's strictly one rep per set. You guys gonna have to wait here. We'll be there just in case, bruh. Thanks, homie. But I'm down with these boys. I don't like this, man. Look at all them other family hoods. They used to be Grove streets. Relax. We straight, they straight. How about you, Smoke? Hey, I'm feeling a little exposed, but I'm good. This is the Los Santos Police Department. Everybody stay where you are. Oh, shit. All units rock and roll. Man, what you doing? Come, get back in, man. We out of here, baby. I ain't leaving my brother. I ain't no buster. Man, let's every motherfucker for himself. Auf geht's. Das wird ganz toll. Okay, wir gehen gleich mal rein, glaube ich. Wir, äh, lassen die hier draußen mal ballern. Denn hier drinnen wird's genug für uns geben. Hallo. Wird's genug für uns geben. Eine, okay. Eine Minute. Warum auch nicht? Wo sind die OGs? Ich muss meinen Bruder schlafen. Sie waren in der Back of the Motel. Oh Gott. Okay, läuft. Lassen wir mal die Waffe. Ähm, okay. Das wird spannend. Gut, wie sieht's aus hier drüben? Ich glaub, ich wechsel mal auf, äh, diese. Go, go, go. Oh, Baby. Baby, du bist verletzt. Ja, hilf mir. Und schon ist mein Leben wieder voll. Es ist so spitze. Ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern, aber das ist super. FAMs! Okay. Alles klar? Halt durch. Oh yeah. Gags alike. Oh nee, ich bleib glaub ich lieber so. Ist glaub ich ein bisschen sicherer. Falls da noch irgendwelche Horste kommen. Und die kommen definitiv. Ah, sieh mal an. Kommt der rum? Ja, rapp dich mal, kleine Hure. Ich brauch dich bestimmt gleich mal. Oh, sieh mal an, wer gestorben ist. Kommst du da oben? Tut mir leid, Sackschüsse sind gemein, aber hey. Oh, hallo. So, das ist was für ihn. Oh, wir sehen noch mehr. Ich dachte, wir hätten's dann mal. Okay. Den find ich auch lustig, der von der Decke kommt. Hat so ein bisschen was von Leonder Profi. Hallo. Habt ihr's dann? Hey, sweet. Mit dir hätte ich's nicht gerechnet. Moment kurz, ich muss mal kurz bei der Hure vorbeischauen. Nimm's mir nicht übel, Bro. Aber das ist nicht so falsch, glaub ich. Hey. Du hast mich schraubt. Habe ein bisschen Zucker. Ach ja, CJ, der alte, schwere Nöter. So, damit sind wir wieder, zumindest ein kleines bisschen voller. Ich mein, viel hat das jetzt natürlich nicht gebracht. Aber man kann alles gebrauchen. So, sweet. Jetzt gehen wir raus. Was hat dich genommen? Wir haben einen Räuber. Sie haben uns gebrochen. F*** es, lass uns raus. Ja klar, ich habe ja sonst nichts zu tun. So, treffe ich den? Ja, ich sehe bloß nichts. Das ist das Problem. So, wir schießen einfach mal auf die Kiste drauf. Irgendwann muss er ja mal runterkommen. Oh, sieh an. Geschafft. Das nehme ich an mich. Und wir gehen weiter. Immer schön sweet hinterher. Ja klar, ich bin dabei. Jetzt wird's gleich richtig lustig. Nicht wahr, sweet? Noch sind wir nicht fertig hier. Nee, da geht's.